Servus Freunde, herzlich willkommen zu AJ Barbecue, der Allgäu-Griller. Heute ist wieder Mittwoch, es ist wieder Zeit für das nächste Rezept. Ihr wisst es vielleicht vom letzten Video, bei mir ist eine Baustelle, ich baue mir ein Grillstudio gerade an meinen Grillplatz ran, deswegen machen wir heute noch einmal was aus dem Dutch Ofen, aber nächste Woche, da wird wieder gegrillt. Was machen wir heute? Wir machen heute ein kulinarisches Highlight, das kann ich euch schon mal versprechen. Es gibt Rehkeule, es gibt Gulasch aus der Rehkeule und der zweite Rehkeule, die werden wir so ein bisschen aufgeteilt, zerteilt, wenn wir die garen, auch hier im Dutch Ofen und in der Gugelhubform, da machen wir unseren schönen Semmelknödelkuchen. Die eine Rehkeule, da muss ich der Jenny einmal ganz lieb Danke sagen. Jenny ist aus dem Saarland, die habe ich kennengelernt, auf dem Geburtstag von meinem Schwiegerpapa. Die ist Jägerin, so wie mein Schwiegerpapa eben auch und die hat diese Rehkeule geschossen. Jenny, wenn das Video siehst, ich danke dir recht sacrisch, ich bin nochmal super gespannt und ich würde dich nachher wissen lassen, ob es sich geschmeckt hat. So, Intro und danach zeige ich euch ruckzuck, wie es geht. Die Rehkeulen, die sind beide schon ausgebeint. Da hat der Jörg nämlich, Jörg habt ihr ja schon kennengelernt, einen wunderbaren Wildfond angesetzt. Den brauchen wir später im Dutch Ofen. Außerdem hat er mich darauf hingewiesen, dass im Saarland wohl scheinbar die Rehe nicht mehr am Stück laufen, sondern schon nur noch die Keulen geschossen werden. Natürlich hat die Jenny ein Reh geschossen und nicht die Keule. Die Keule vom Reh, die haben wir gekriegt. Freunde, los geht's. Wir fangen an und schneiden einmal die restlichen Zutaten. Auf geht's, kommen wir dran. Am Anfang steht natürlich immer das Ausbeinen. Das haben wir aber schon gesagt, das ist schon passiert, weil der Jörg hat ja den Wildfond eben angesetzt. Das zeigen wir euch jetzt nicht, das wird den Rahmen sprengen. Wenn euch das interessiert, wie man das macht, googelt es nach, schaut hier auf YouTube, das findet ihr mit Sicherheit, wie man den Fond ansetzt. Als nächstes haben wir hier Jennys Keule. Deine Keule, Jenny. Die müssen wir jetzt zerteilen und parieren. Das Reh ist ein sehr, sehr zartes Fleisch. Das heißt, wir können das eigentlich weitgehend von Hand machen. Da brauchen wir nur immer da unten reinfahren. Schaut her. Dann kann man das richtig schön zertrennen. Jetzt nehmen wir die Sehnen noch runter. Das ist wie bei jedem anderen Fleisch. Die will keiner essen. Die schmecken nicht. Das ist ein total ekelhaftes Mundgefühl. Und das machen wir wie beim Rinderfilet. Das ist alles, was wir machen müssen. Das machen wir mit der zweiten Keule auch. Die zweite Keule, die schneiden wir einfach noch in mundgerechte Stücke. Aus der machen wir das Gulasch. Die tolle Keule aus dem Saarland. Die tolle Keule aus dem Saarland. Das klingt toll. Die lassen wir so. Die braten wir jetzt dann ringsherum scharf an. Aber da seid ihr natürlich live dabei. Was wir jetzt noch machen müssen, das sind die ganzen Zutaten, die wir noch brauchen. Die Zwiebeln und so. Das schneiden wir jetzt. Und ich hoffe, wie ich ein fauler Hund bin, dass das der Jörg für mich übernimmt. Freunde, natürlich war es nicht recht. Wenn man einen Koch hat, das ist schon jammern auf hohem Niveau. Er hat es noch nachgearbeitet. Er hat noch ein paar Abschnitte zu Gulasch gemacht. Auch von der einen Keule noch. Und so ist jetzt das Endergebnis. Wir haben hier richtig schön im Vordergrund die Rehkeule liegen. Und im Hintergrund richtig schöne Stücke. Aus dem machen wir das Gulasch. Und jetzt geht es weiter mit der Zwiebel. Auf gut Deutsch, die Zwiebeln. Ja, glücklicherweise, wie ich schon gehofft habe, macht das der Jörg für mich. Der kann das. Und wisst ihr, was das Gute ist? Beim Jörg brauche ich nicht einmal vorspulen, beziehungsweise den schneller laufen lassen. Den Film schaut es euch das an. Ha, ratzfatz. Der hat das aber auch gelernt. Das muss man dazu sagen. So, die eine Hälfte der Zwiebeln, die schneiden wir in halbe Ringe. Das seht ihr hier. Die brauchen wir fürs Gulasch. Die andere Hälfte der Zwiebeln schneiden wir in kleine Würfelchen. Die Würfelchen brauchen wir für unseren Semmelknödel, Gurgelhupf, Kuchen, Auflauf. Ne, Auflauf ist keiner. Jetzt noch schnell ein paar Schnittlauchhelmchen gehackt. Ja, und dann können wir endlich weitermachen. Das Video dauert ohnehin schon lang genug. Ja. Heute geht es Schlag auf Schlag. Der Jörg hat geschnitten. Jetzt müssen wir uns noch um die Knödelmasse kümmern. Und dafür habe ich jetzt vor mir einen kleinen Topf auf mein Induktionsfeld gestellt. Da erhitzen wir jetzt Milch, Hauen und Butter und die Zwiebeln mit rein. Schaut es euch das mal an. Wir haben jetzt 750 Gramm Semmelbrot. Das heißt, wir nehmen auch 750 Milliliter Milch. Die brauchen wir jetzt nur lauwarm, dass das Brot schön einweicht. Dann geben wir da die Butter noch gleich dazu, dass die schmelzen kann. 90 Gramm brauchen wir von der. Das heißt, das ist ein bisschen weniger als die Hälfte. Und da geht es jetzt nur darum, dass das Ganze warm wird und schmilzt. Was man noch machen kann, ist, dass wir die Zwiebeln mit reinschütten gleich im Knödel. Man kann sie jetzt anrösten. Wir wollen sie eigentlich nur ein bisschen weich und warm. Das heißt, ich gebe die auch gleich mit in die Milch. Das macht den Zwiebeln gar nichts. Es fehlen halt ein paar Röstaromen, aber die kriegen wir nachher am Speck in der Gugelhupfform. Das wird ihr dann nachher aber alles sehen. Es reicht hier wirklich, wenn die Milch lauwarm ist. Es geht nur darum, dass die richtig schön in die Brotwürfel einziehen kann. Das heißt, wir nehmen das Ganze jetzt von der Induktionsplatte, schütten das da in diese Brotwürfel. Ja, und dann darf der Jörg verkneten, weil es ist ein bisschen warm worden. Der Jörg hält Hitze aus, hat er gesagt. So, wenn wir das jetzt da drin haben, geben wir noch die unterschlagenen und in Ringe geschnittenen Frühlingszwiebeln, die Schnittlauchröllchen dazu und dann lassen wir das Ganze ja mal 10 Minuten stehen. Das sorgt dafür, dass das trockene Knödelbrot schön von der Milch durchzogen werden kann, dass das wieder richtig schön saftig wird. In der Zwischenzeit werden wir mal ruckzuck den Dutch Oven mit Speck auslegen. Das könnt ihr euch anschauen. Ich erzähle euch in der Zwischenzeit, was ich vom Reh weiß. Das Reh ist die in Europa häufigste und kleinste Art der Hirsche. Als Trughirsch ist es näher mit Reh, Elch und dem amerikanischen Weißwedelhirsch verwandt, als mit dem in Mitteleuropa ebenfalls heimischen Rothirsch. Das Reh besiedelte ursprünglich Waldrandzonen und Lichtungen. Es hat sich aber erfolgreich eine Reihe sehr unterschiedlicher Habitate erschlossen und kommt mittlerweile auch in offener, fast deckungsloser Agrarsteppe vor. Ja, jetzt knödeln wir da noch ganz schnell die Eier reinschmarren. Wir kneten die Eier in den Knödel, salzen und pfeffern das Ganze. Mit dem Salz passt es auf. Der Bacon selber hat schon Salz, dass das nicht zu würzig wird. Ja, und dann füllen wir einfach die Gugelhubform mit dem Knödel bis fast oben hin. Jetzt klappen oben die Bacon-Rückstände zusammen. Wenn ihr noch ein Bacon übrig habt, legt ihr den jetzt noch oben drauf, Deckel drauf und fertig. Jetzt brauchen wir natürlich was. Wir brauchen Hitze. Dann nehmen wir wieder die Cubes von Gluckgold, die heizen wir uns durch. Das machen wir halt alles im Lagerfeuerplatz. Schaut mal herunter. Während jetzt die Kohle am durchglühen ist, müssen wir natürlich noch das Fleisch würzen. Dafür haben wir hier eine Fertigwurzmischung. Ich denke immer Wildfleisch. Da gibt es ganz leckere Fertiggewurzmischungen. Also ich würde mich jetzt nicht daran trauen, das separat zu würzen. So, dann nehmen wir einfach unsere Stücke von der Keule, hauen die aufs Brett und dann würzen wir die großzügig. Ich nehme jetzt ganz bewusst nicht auch noch Salz und Pfeffer dazu. Das haben wir natürlich schon im Wildfond. Das würde jetzt das Ganze einfach zu salzig machen, zu pfeffrig machen. Auf das verzichten wir jetzt. Das gleiche Gewurz nehmen wir auch für das Gulasch. Das heißt, ich gebe jetzt die gewürzten Keulenstücke wieder in die Schüssel, wechsle das Ganze zum Gulasch. Das Ganze kommt ja später zusammen auf einen Teller. Deswegen würde ich da jetzt das gleiche Gewurz dran geben. Da würde ich nichts anderes hernehmen. Dann nehmt ihr einfach eine gute Handvoll Gewurz und knetet es da unter das Gulasch. Jetzt schauen wir zusammen mal zu den Kohlen rüber. Die müssten jetzt soweit sein. Ja, und dann geht es weiter. Dann braten wir das Ganze Zeug an. Kohlen sind durchgeglüht. Ich gebe jetzt einfach das komplette Kilo von diesen Lotuskohlen unter den Tatschofen, dass wir richtig brachiale Hitze am Tatschofen haben, damit wir richtig schöne Röstaromen ans Fleisch kriegen. Ab dann unter. Ja, wenn der Topf dann heiß ist, ihr seht es, das Fett ist auch noch drin, ein bisschen Fett haben wir reingeben, ein Rapsöl in dem Fall, dann müssen wir die Keulchen ringsherum anbraten. Dafür, wie gesagt, haben wir ja vorher schon gesehen, habe ich jetzt alle Kohlen unten drin, weil wir brauchen richtig viel Hitze von unten. Den Bratensatz, den ihr da jetzt am Tatschofenboden seht, den brauchen wir auch. Da steckt richtig viel Geschmack drin. Da geben wir jetzt nur noch einen Esslöffel Tomatenmark dran. Das Ganze wird auch angeröstet. Passt es wie immer drauf auf, wenn ihr das zu arg röstet, dann wird es bitter, dann schmeckt es nicht. Jetzt löschen wir alles mit Portwein, dem selbstgemachten Rehfond und mit einem Schuss guten Rotwein ab. Schauen dabei, dass wir die Röststoffe vom Boden vom Tatschofen lösen können, dass die mit in dieser super leckeren Soße sind. Dann kommt das Fleisch zurück in den Tatschofen, der Deckel kommt drauf. Dann ist das mit dem ersten Tatschofen schon erledigt und wir kümmern uns um den nächsten, nämlich hier die K8. Den haben wir logischerweise jetzt auch erst einmal aufheizen lassen. Wenn der runde Tatschofen abkühlt, das macht jetzt nichts. Das kommt ja nachher alles gemeinsam gestapelt in die Hitze. So, auch da wollen wir das Gulasch jetzt erst einmal ringsherum anbraten. Die Röstaromen, die am Boden sind, die brauchen wir auch hier. Tomatenmark geben wir drauf, Zwiebeln geben wir drauf und hier die Preiselbeeren. Die Soße, die jetzt hier durch das Gulasch entsteht, die machen wir nur minimal anders. Aber das ist auch die Soße, die später für das ganze Gericht gedacht ist. Die Flüssigkeit, wo die Keulen drin liegen, die ist sehr dünn, die müsste man nur einkochen oder abbinden. Das wird beim Gulasch aber selbst passieren. Das seht ihr jetzt dann. Auch da löschen wir mit Portwein, Rotwein und Wildfond ab. Freunde, jetzt ist es soweit. Wir haben jetzt einmal ohne euch gestapelt. Ich erkläre euch jetzt einmal kurz das Setup, das wir gewählt haben. Wir haben jetzt im untersten, in der K8, da drin befinden sich jetzt die ganzen Stücke, also das Gulasch quasi. Da haben wir jetzt richtig viel Hitze von unten, dass das schön vor sich hin köcheln kann. Wir haben ungefähr zwölf Priketts auf dem Deckel liegen, dass auch der runde Dutch-Ofen eine richtige Hitze abkriegt. In diesem befinden sich die Keulenstücke, auch in Flüssigkeit. Reh wird ja sonst sehr schnell trocken, also wir müssen das alles in Flüssigkeit grillen. Auf dem Deckel von dem Runden haben wir, ich werde das einmal schätzen, ich zähle es nachher für euch, ich schreibe es euch noch in die Beschreibung rein, ich werde das mal schätzen, 18 Priketts drauf liegen. Wir haben jetzt auch Priketts dazu genommen, einfach weil wir richtig viel Hitze brauchen, weil wir richtig viel Kohle hernehmen müssen. Auf die 18 Priketts haben wir die Gugelhupfform gestellt. Da drin, ihr wisst ja, befindet sich der Semmelknödel und damit der auch von oben richtig Hitze kriegt, ihr wisst ja auch, das Becken ist da drin, dass der schön knusprig wird, haben wir obendrauf auch noch, ich zähle es einmal für euch, drei, sechs, neun, zehn Priketts draufgelegt. So lassen wir das Ganze jetzt einmal auf jeden Fall eineinhalb Stunden in Ruhe und dann schauen wir da mal rein, wie weit wir sind. Beim Gulasch macht das gar nichts, Gulasch, das wisst ihr auch, umso länger das kocht, umso feiner, umso zarter wird es. Um die Keulen müssen wir uns ein paar Gedanken machen, aber ich würde sagen, eineinhalb Stunden lassen wir das jetzt einmal so und dann sehen wir uns wieder. Wir sind jetzt momentan bei eineinhalb Stunden Gulasch und Keule und bei einer Stunde bei den Knödeln. Jetzt schauen wir natürlich einmal rein, nicht, dass uns die Knödel schwarz fahren, das heißt, wir machen jetzt gemeinsam den Deckel auf. Oh, ist das der Hammer, Freunde. Ich steche ihn mal rein, aber da, nichts mehr am Stäbchen. Das heißt, ich nehme den Knödel jetzt runter und stelle den mit den Kohlen, die oben drauf liegen, dass er warm bleibt, stelle ich einfach nebenhin. Wir wollen jetzt nicht mehr wirklich, dass er nachgart. Der ist soweit fertig, er soll jetzt nur noch warm bleiben. Das heißt, wir stellen den nebenhin und gut ist. Jetzt brauchen wir noch ein paar Minuten Gulasch und Keule. Da holen wir euch ein paar wieder dazu. Wie versprochen. So schaut es jetzt aus bei den Keulen. Einmal frei, brauchen wir nichts mehr tun. Das Gulasch ist ein wenig eingekocht, macht gar nichts. Wir haben noch Form übrig, den geben wir da rein. Da müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen. Wein geben wir noch rein, damit es noch mal ein bisschen an Geschmack gibt. Dann machen wir den Deckel drauf und dann hätte ich gesagt, ist es soweit. So, wir haben jetzt noch etwa 10 Minuten, dann gibt es Essen. Wir müssen jetzt aber auch noch unsere Feigen vorbereiten. Heute gibt es Feigen. Wild ist ja perfekt für irgendwelche fruchtigen Geschichten. Wir haben ja schon Preiselbeeren drin und Feigen mit Honig und Balsamico zusammengegrillt. Passt einfach wie Faust auf Auge. Da machen wir gar nicht viel. Da schneiden wir einfach das Deckel ab und dann schneiden wir die nicht ganz durch, aber ein. Wir haben jetzt, wenn ihr runterschaut, gleich, wenn ihr runterschaut, haben wir alles auf die Seite gestellt. Ein paar Kohlen sind auf dem Deckel geblieben, damit es heiß bleibt, damit es warm bleibt. Außer bei den Keulen. Da nehmen wir den Deckel jetzt her. Da müssen wir noch unsere Feigen schnell anbraten. Das geht aber rucki und zucki. Wir haben den Deckel vom Dutch Oven aufheizen lassen. Fett brauchen wir gar keins. Das geht jetzt rucki und zucki. Da legen wir jetzt die Feigen rein mit der nicht geschnittenen Fläche nach unten. Auf die Schnittflächen der Feigen geben wir jetzt auf ein bisschen Honig. Außerdem geben wir noch auf jede Feige einen kleinen Spritzer Balsamico-Creme. So lassen wir das jetzt drei, vier Minuten. Dann können wir anrichten und essen und wir sehen uns am Brett wieder. Schaut euch das an. Ist das ein Knödel? Ich finde ihn geil. Wir versuchen das Ganze jetzt hier aufs Brett zu stürzen, sodass wir einen richtig schönen Gugelhupfknödel haben. Und das hat meines Erachtens richtig gut funktioniert. Schaut es mal her. Doch nicht so ganz. Na doch, klar ist er her draußen. Bäm! Aber der Speck schadet nie. Jetzt schaut da rein. Habe ich euch zu viel versprochen. Ist das ein geiles Stück? Ja. So, wir richten jetzt alles an. Mein Besuch geht essen. Und wir sehen uns gleich zum Fazit wieder. Wir haben jetzt alles in allem zwei Stunden Garzeit gehabt. Wir haben etwa eine halbe, dreiviertel Stunde Vorbereitungszeit gehabt. Also in drei Stunden ist alles durch. Ist alles erledigt. Und dann habt ihr so ein fantastisches Menü vor euch liegen. Also, mir haut es gerade wirklich weg. Also, ich hätte das jetzt, ich habe echt gedacht, das wird gut. Aber, ey, ich habe es schon ein bisschen geschnapuliert. Das wird richtig, richtig lecker. Ich würde sagen, wir fangen mit der Keule an. Da wollte er ja, das ließe ich auch wissen, ist die saftig, ist die was worden. Oh. Mein Wild, Wild grillt man durch, gärt man durch. Super. Die ist butterweich. Die ist der Hammer. Richtig schön kommen, die Aromen kommen richtig schön raus von diesem Wildgewürz. Sie ist durch, wie gesagt, Wild muss man durchgrillen. Man weiß nicht, wo es herkommt. Es ist fantastisch. Das Gulasch. Beim Gulasch mache ich mir da immer weniger Sorgen. Umso länger der Gulasch kocht, umso besser ist es. Und so ist es auch mit dem Gulasch ganz sicher. Vom Gulasch kommt hier bei dem Gericht auch die Soße. Gulasch ist durch. Jetzt schauen wir doch mal, ob es auch saftig ist. Das ist eine Punktlandung, Leute. Ohne Schmarrn. Die fruchtige Feige dazu, der leckere Semmelknödel. Das machen wir jetzt noch. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir, was noch übrig bleibt. Nämlich nichts wahrscheinlich. Von dem Semmelknödel übrigens bin ich noch am allermeisten begeistert. Der ist geil. Der ist einfach nur geil. Also alles in allem passt das super. Das passt zusammen. Das harmoniert miteinander. Es ist saftig. Es ist durch. Es ist ein wunderbares, feines Stück Reh. Es ist einfach phänomenal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr macht das einmal nach. Und wenn ja, lasst es mich einmal wissen. Alles für sich alleine ist ein Highlight. Alles. Aber zusammen ist es halt einfach Faust auf Auge. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Euer Andi von AJ Barbecue. Der Alkoholgriller. Der Alkoholgriller. Servus. Ach du Latschuh. Wälder. Wir sehen uns nächste Woche. Das war mal ein richtiges E-Yet-Tier.